Mein Name ist Sarah Meixner und ich bin der Inhaber und Geschäftsführer der Firma Meixner Imaging. Ein Unternehmen, das mit Sitz in Wien weltweit tätig ist und wir vertreiben 3D-Visualisierungssoftware mit unbegrenzt großen Datenmengen. Das ist die einzige Software weltweit, die das kann. Wir darüber hinaus machen Fotogrammetrie-Software, die wir anbieten. Wir machen auch selber Fotogrammetric Mapping und können damit einen großen Teil den Bereich der Vermessung mit abbilden. Bildverarbeitung ist ein Thema, das hier hineinspielt. Wir machen also 3D-Startmodelle und bieten aber auch die Dienstleistung an, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die Software dazu. Die 3D-Visualisierungssoftware ist von Euclidium und wir sind der Generalvertreter dieses Unternehmens weltweit und bedienen uns eines Netzwerkes von etwa 60 Resellern in 60 Ländern. Wir arbeiten von China bis Mexiko und von Südafrika bis nach Schweden. Die Kunden sind also nicht nur Vermesser und Fotogrammetre, sondern auch im Bereich der Polizei und Forensik. Aber Schwerpunkt ist natürlich Vermessung und Fotogrammetrei.